Laufeln, Rennen, Full Power Oh nein, viel zu langsam Und der Tag beginnt, Juhu Hui, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, yeah Das ist halt auch noch so cool als ein Fallschirm Aber es gibt irgendein Ding, mit dem man fliegen kann 15 Sekunden So was, ich glaube Genau, mit den Raketenschuhen Weiß ich jetzt nicht, ob man das selber machen muss oder finden Hm Hm Ja, ist das spannend Und Und das nur, weil ich den scheiß Spiegel immer schon wieder nicht anfinde Dabei habe ich dann schon Drei Mal auf der gleichen Welt gefunden, ja Nur weil es eben nicht diese Welt Was sehr schade ist, dafür habe ich bei der anderen noch nicht die Flossen Ja Hoppala Ja Man kann eben nicht alles haben, obwohl das muss ich haben Das kann ich nicht, das muss ich haben Ganz dringend Besonders wenn ich noch in in der Hölle unten bin oh ne man das ist so überall lauf ich rein da ist scheißdruck achja Juhu. Bald wieder zu Hause sein. Und... Nein, Zielsprint von diesem scheiß gel-enthalteten Schleim. Aufgehalten. So. Und... Weiter. Das ich später noch mache. Oh, ja. Hey, Kartfisch hier. Kartfisch? Ja. Schleimhat Kartfisch getötet. Ah. Oh. So. und jetzt war ich mir das zurücklaufen ja indem ich ein bisschen cheater das wird ein bisschen schneller gehen hoff ich zumindest gekommen aus der voraussetzung weiter schneller die zehn Jahre schon aus dem anderen das können das ist mein super Super Zeigs, ja, ich, ja, da, ich, da ist was, da, und da sind die anderen Sachen, ja. Ja, da, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, das hätte ich vorher auch anwenden sollen. Ja, unbedingt, 1, 1, 1, 1, 0,9, 7, 6, ja, und das haben wir schon. So, und wo ist er denn jetzt, der Helm? Und hier, Helmchen, den ich brauch. Doch, dann, vielleicht noch ein paar Materialien, so, man weiß ja nie. Und dann, den da, das dürfte ich. Und fuuuuut. Den Hinweg erspare ich euch. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass ich es schaffe, gleich beim ersten Mal, das wäre Wahnsinn. Zuerst allerdings diese... Da unten ist er. Darum sollte man eine Erhöhung bauen. Nur wegen diesem einen Grund. Jetzt denkt ihr natürlich, er kommt ja nicht hoch, aber das kommt ja schon. Und mit dem Superschwert, ja, da habe ich ihn in 10 Sekunden klein gekriegt. Und zwar nur mal, weil ich den Kopf zerschlagen habe. Immer nur wegen dem Kopf. Weil der ist nämlich... Hat nämlich viel weniger Leben. Ein Problem bleibt weiterhin. Und zwar das Leben zurückholen, ja. Uh, schon 50 weg. Und der hat rein gar nichts verloren, ne? Ah, komm, komm, komm... Das geht sich aus. No, 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 no. Blöder wird's, wenn es mehrere sind! also, wir werden sicher... knob Morgen die selbe Zeit, ja, wir werden sicher irgendwo wieder hier sein. Weil es dauert ewig. den zu vernichten, wirklich ewig. Mit dem wenig Leben bleibt es kritisch, sag ich mal, es bleibt kritisch. Ja, jetzt will er die kleine Einrichtung hier zerstören, ja, wenn ich nur den Schädel zu trümmern könnte. Au, 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 das war nicht gut, aber, dank unseres Kleinen, ah, schau her, jetzt hätten wir schon wieder einen Angriff, ja, aber, nix da Angriff. Diese Variante dauert wahrscheinlich länger, weil ich weniger Kontakt mit dem habe, aber mit diesem Leben, jawohl, ja, 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 jawohl, ja, 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 perfekt, habt ihr das gesehen? So, so gehört das, zack, zack und weg ist. Perfekt. Der Kopf ist der gefährlichste und das schwächste Gleichzeitig. Genau wie ich bin wieder bei dem fetten Auge, ja. Aber jetzt nehme ich mir trotzdem einen und hoffe, dass ich in der nächsten Minute, in der nächsten Minute es nicht brauche. okay, das kann ich jetzt versuchen! wir aufí. Jawoll, das ist gut, das ist gut. 17 Sekunden nach. 17. Die Sonne geht bald unter, ja. Kommt drauf an, wie oft ich in Schädel habe. Oh nein, das ist... Oh, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Komm nachher, komm nachher, du kleines Würstchen. Würstchen. So macht man den Scheiß klein. Genau mit der Technik. Immer gegen den Dings, äh, gegen seine Richtung stellen und dann zack, 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 zack. Dann macht er sich selber fertig. Allerdings uns auch ziemlich heftig. Heftig. Aber... Es ist... Oh, genau, der Shadows, äh, Shackle... Ding so. Deswegen bin ich hier. Genau aus diesem Grund. Und aus keinem anderen. Wie viel gibt der Scheiß zurück? Und... Und... Und da warte ich wieder noch. Ja, perfekt, genau, das ist es, richtig. Genauso. So will ich das. Dass er richtig auf mir zukommt und dann sofort wieder runter. Das ist... Mua. Wundervoll, wundervoll. Oh nein, jetzt kommt der kleiner, noch so ein kleiner Schwein. Okay, das war jetzt eher weniger gut, aber... Aber... Na, jetzt... Jetzt kommst du auch schon daheim. Ja! Klappe! Der kleiner kommt der Klappe aber nicht hoch. Der schafft es nicht. 24 Sekunden, 23, 22, 22. Und jetzt ist er zwei... Jetzt ist er in zwei Teilen geteilt. Hat Vorteile und Nachteile, sag ich nur. Vor- und Nachteile. Große Nachteile, ein paar Vorteile. Ein Vorteil, ja sicher, ein Vorteil davon ist, es gibt zwei Köpfe. Ein Nachteil davon ist, zwei Köpfe können auch doppelt so viel Schaden verursachen. Und in 24, 23, 22 Sekunden kann ich erst wieder Leben auf. Bitte nicht abschürzen. Fraps bitte nicht abschürzen. Es muss alles aufgenommen werden, auch wenn ich vernichtend geschlagen werde, was ich nicht hoffe. Denn bis jetzt habe ich jeden, jeden diesen besiegt. Der auch gekommen ist. Der auch gekommen ist. Es ist auch mal einer nicht gekommen, ja. Das wird knapp. Also es wird schwer. Tja. Dadurch mit der einen Minute früher war es relativ einfacher. Scheiße, 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 scheiße. Und dann ist es noch nicht so gut. Es sind vier. Es sind vier und eben 18 Sekunden. 40 Leben. Wow. Oh. Christ Walker rettet Leben. 3, 2, 1. Okay. Das war wirklich sehr lebensrettend. Jetzt wieder ein bisschen warten. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Solange der nicht da oben herum fährt, ja, geht's ja. Okay. Einer von denen haben wir geschlagen. Bleiben noch drei übrig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder 100. Ach du Scheiße. Und ich hab nicht mehr so viele von denen. Ich hätte schon mehr machen. Verdammt. Nein, jetzt bin ich reingekommen. Feiße. Komm schon, komm schon. Schön ausweichen. Ich muss einen kleinen nehmen. Ja, das habt ihr gehört. Okay, kommt schon. Da, 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 da. Und einer für den nächsten. Also nicht den nächsten für den, naja, der nächste. Der wird ganz schwer. Da, der kommt erst ganz zum Schluss noch. Also für den ersten für das. Fette. Okay. Oh, 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 oh. Konzentration. Konzentration. Es gibt noch viele. Das ist ein Bude. G'meh. 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 Jaaa. G'meh. G'meh. das fette Vieh das fette Vieh Fettfett, na das sind Fettfett das ist nur sehr lang, gefährlich und kann sich teilen und hat immer bis zum Schluss sein Maul jedes Mal egal was es ist, es hat immer sein scheiß Maul dabei Vorteile und Nachteile wie gesagt Vorteile und Nachteile oh ich sehe zwei zwei weil es sind noch da das weiß ich auch ok einer noch hoffentlich nur noch mal einer komm schon, komm schon, komm schon keine Zombies, merkt ihr das? keine Zombies in diesem Bereich komm schon, komm schon komm schon, komm schon ja Shadow Sacral mit euch kann ich dann mit euch kann ich dann die Dings da die nächste Spitz Hacke Spitz Hacke Spitz Hacke machen und die Rüstung, aber die Spitz Hacke, die ist wichtig mit der kann ich dann Obsidian 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 und der ist da glaube ich auch bin mir nicht sicher könnte sein ja aber jetzt kannst du schon mal hochkommen bitte ja merkt ihr denn Stand genau einmal Tag Nacht also nicht einmal Tag Nacht nach Anfang bis Nacht Ende nach Anfang bis Nacht Ende ja was wird es hier jetzt Ja 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 jaja uj j j j j j Yeah! Woo!